Come here and say a while, cause the world has died for now. Herzlich Willkommen zu unserer Brunnenhof-Seminade hier im Brunnenhof der Kantatekirche. Es erwartet Sie gleich ein buntes musikalisches Programm. Und wir sind unserem Chor und allen Musikern unter der Leitung von Gerhard Jakobs dankbar dafür, dass sie uns in den Genuss dieser Gabe Gottes kommen lassen. An dieser Stelle möchte ich Pfarrer Amani Kabelege aus Igon-Golo ganz herzlich begrüßen, der heute bei unserer Brunnenhof-Seminade zu Gast ist. Musik 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 Essen und Trinken ist natürlich jetzt zu spät. Ja, du bist zur Pause, halten wir schon durch. Du, von einer Pause habe ich jetzt nichts gelesen. Ja, dann wird es eine trockene Angelegenheit. Das ist kein Urlaut. Du, neuer Urleiter, neue Sitten. Ja, man hört ja so einiges. Oh ja, oh ja. Schau mal, der kommt sogar in den Köln. Ja, du, du, letztes Jahr. Jetzt ist es ja, letztes Jahr war ich ja noch selbst beginnt. Dann lass uns mal schnell entscheiden, wenn wir so ein Glück haben. Genau, genau. Bestell mal, bestell mal. Also, also ich, die Dame nimmt einen Weißbein, schau Leute, ich nehme einen Helles. Zum Essen bringen Sie uns einfach bitte das, was die Herrschaften da drüben haben. Das sind wir. Das sind wir, als Mädchen, in den Garten zu gehen. Dass ich mal noch schaue, wie die Rote so schön. Das sind wir, als Mädchen, in den Garten. Das sind wir, als ich, als ich, als ich, als ich. So, am Tag, die Nacht, die Nacht. Sie ist mal bei mir so süttel, schau an, was so gut. Sie ist mal bei mir so süttel, schau an, was so gut.